Ich bin die Angst von Ethan Cross Es liest Thomas Ballou Martin Francis Ackerman Jr. blickte aus dem Fenster des Bungalows auf den MacArthur Boulevard. Auf der anderen Straßenseite stand in gelber Schrift auf einem grünen Schild Spielplatz Mosswood, Gartenamt Oakland. Kinder lachten und spielten, Mütter und Väter stießen Schaukeln an, saßen auf Bänken, Taschenbücher lesend oder tippten auf Handys herum. Als Kind hatte Francis Ackerman so etwas nie erlebt. Wenn sein Vater mit ihm gespielt hatte, waren jedes Mal Narben an Körper und Seele zurückgeblieben. Nie war er verhätschelt worden, nie geliebt. Aber das hatte er mittlerweile akzeptiert. In Schmerz und Chaos, in denen sein Leben verglüht war, hatte er Sinn und Zweck seiner Existenz gefunden. Er wandte sich den drei Personen im Zimmer zu, die an Stühle gefesselt waren. Zwei waren Männer, Kriminalbeamte, die das Haus beobachtet hatten. Der eine trug einen Bleistiftbart und besaß schütteres, braunes Haar. Sein jüngerer Kollege hatte einen fettigen, schwarzen Schopf, der wie ein Mob aussah und von buschigen Brauen ergänzt wurde. Über den dünnen rosa Lippen und dem zurückweichenden Kinn reckte sich eine Hakennase. Rosemary Phillips trug ein ausgebleichtes Sweatshirt mit dem Emblem des örtlichen Footballteams, der Oakland Riders. Sie hatte kraumeliertes Haar, Pockennarben verunstalteten ihre schokoladenfarbene, glatte Haut. In ihren Augen hatte eine innere Kraft gelegen. Hatte. Denn unglücklicherweise musste Ackerman ihren Enkel Ty finden. Daher sah er sich gezwungen, mit den beiden Männern und Rosemary ein wenig zu spielen. Sehr schmerzhafte Spiele und sehr wirkungsvolle. Ackerman warf die Reisetasche in den Kofferraum eines hellbrauen Ford Focus. Er wäre gern stilvoller gereist, aber es war wichtiger, stets in der Menge verschwinden zu können, als seinem Hang zur Selbstdarstellung nachzugeben. Er öffnete die Fahrertür, glitte den Wagen und warf den Schmuck, die Brieftaschen und die Geldbörsen seiner ehemaligen Gefangenen auf den Beifahrersitz. Er hasste es, sich auf das Niveau schäbigen Diebstahls herablassen zu müssen, aber bekanntlich gab es nichts umsonst und irgendwoher musste das Geld ja kommen. Und mit seinen speziellen Fertigkeiten konnte er sich nirgendwo bewerben. Außerdem hatte er fürs Geldverdienen ohnehin keine Zeit. Aus dem Handschuhfach nahm er ein Prepaid-Handy und schaltete es ein. Während er wählte und die Ruftaste drückte, schaute er auf das kleine Blatt Papier, das Rosemary ausgewählt hatte. »Alle sterben«, stand darauf. Nach mehrmaligem Klingeln fragte die Stimme am anderen Ende, »Was willst du?« Eckermann lächelte. »Hallo, Marcus, bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Aber ich habe es nur für dich getan.« Marcus Williams starrte auf die Leiche der misshandelten Frau. An den blauen Flecken und den Fesselspuren erkannte er, dass sie vor ihrer Ermordung vergewaltigt worden war. Der kleine Anbau hinter der Fabrik befand sich im Zustand fortgeschrittenen Verfalls. Aufgrund von Wasserschäden fiel der Putz von den Wänden und im Dach klafften Löcher, durch die man den klaren Nachthimmel sehen konnte. Schnee war durch die Öffnungen gerieselt, eine dünne weiße Schicht bedeckte alles im Raum. Ein Regal an der hinteren Wand war umgekippt und hatte seinen Inhalt über den Boden verstreut. Rostige Rohrmuffen, Bindedraht, halb aufgelöste Pappschachteln, zerfledderte Handbücher. Die Leiche war abgelegt worden wie Müll zur späteren Entsorgung. Nach der Starre der Toten zu urteilen, lag der Mord erst ein paar Stunden zurück. Sie war mit einem kleinen, stumpfen Gegenstand, einem Hammer vielleicht, erschlagen worden. Wäre er nur ein bisschen früher eingetroffen. Marcus verdrängte Wut und Schuldgefühle, beides nutzte ihm jetzt nichts. Er verließ den Anbau durch die Außentür, drückte sie zu und verkeilte sie mit einem Stein, damit sie nicht wieder aufschwingen konnte. Die Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert gewesen, das Marcus mit einem Heligan-Tool aufgebrochen hatte, einem Werkzeug, das einer Brechstange ähnelte, wie man sie bei Einbrüchen benutzte. Er musste verhindern, dass ein Windstoß die Tür aufriss und gegen den Rahmen knallte. Er wollte sich das Überraschungsmoment bewahren. Marcus überquerte den Parkplatz, kletterte über einen Maschentrahtzaun und sprang auf einen Gehweg hinunter. In der Nähe befanden sich andere, modernere Fabriken, doch der Besitzer des Firmengebäudes, in dem die Leiche lag, war bankrott gegangen und hatte die Fabrik aufgegeben. Die Bankcrew, wie sie von der Presse getauft worden war, hatte dem Makler unter der Hand Geld hingeblättert, damit er ihr Zugang zu dem baufälligen Ziegelgebäude gewährte. Marcus hatte den Mann nicht lange in den Schwitzkasten nehmen müssen, um das zu erfahren. Ein paar Worte über eine Gefängnisstrafe wegen Beihilfe hatten gereicht und der Makler war zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Marcus verfolgte schon mehrere Wochen die Spur der Bankcrew, aber nach ihrem letzten Coup war sie untergetaucht. Erst vor zwei Tagen hatte sie wieder zugeschlagen und die Frau sowie die beiden Töchter eines Juweliers als Geiseln genommen. Es war die gewohnte Vorgehensweise der Crew, die Familie eines Opfers zu kidnappen, das Zugang zu Bargeld oder Wertsachen besaß. Die Bande zwang die Betreffenden, ihnen das Geld zu bringen, indem sie drohte, ihre Familie zu ermorden. Im Grunde war es eine normale Lösegelderpressung, aber die Bankcrew stach durch extreme Brutalität hervor. Die Opfer erfüllten fast immer die Forderungen, doch die Crew mordete trotzdem. Sobald sie das Geld hatte, tötete sie als erstes den Vater, dann missbrauchten sie die weiblichen Familienangehörigen, ehe sie auch ihnen das Leben nahmen. Die Polizei wusste, dass die Bande aus vier Komplizen bestand, aber mehr auch nicht, denn die Verbrecher hinterließen keinerlei Hinweise. Die einzige brauchbare Spur war ein Fingerabdruck, der an einem Tatort entdeckt worden war. Der Besitzer dieses Abdrucks, Ty Phillips, hatte ein ellenlanges Vorstrafenregister, war aber wie vom Erdboden verschwunden, seit die Bankcrew in Erscheinung getreten war. Die Polizei in Oakland, die Tys Großmutter Rosemary vernommen hatte, war überzeugt, dass die Frau mehr wusste, als sie zu sagen bereit war, aber sie hatten nicht mehr tun können, als Rosemary's Haus rund um die Uhr zu überwachen. Markus hatte die alte Frau persönlich aufsuchen wollen, doch Eckermann war ihm zuvor gekommen. Markus riss die Tür des schwarzen GMC Yukon auf, ließ sich hinters Lenkrad fallen, schaltete die Sitzheizung ein und pustete sich in die Hände. Ein paar Sekunden später öffnete sich die Beifahrertür und Andrew Garrison stieg ein. Er riss sich die Mütze vom Kopf, sodass sein kurzes, sandblondes Haar zum Vorschein kam. Im Unterschied zu Markus, der einen dunklen Drei-Tage-Bad trug, war Andrew glatt rasiert und hatte eine gepflegte Erscheinung. Irgendwas rausgefunden? fragte Markus. Ja, ich weiß, wo die Crew die Töchter festhält. Im Hauptgebäude habe ich einen von den Bastarden gesehen. Sie haben einen Klapptisch und ein paar Möbelstücke hergeschafft, um es sich gemütlich zu machen. Außerdem haben sie die Fenster der vorderen Büros vernagelt. Und was ist mit dir? Ich hab die Mutter gefunden. Andrew schien auf nähere Erklärungen zu warten, doch als Markus' Schweigen anhielt, wusste Andrew, was Sache war. Er blickte durch die Windschutzscheibe. Verflucht! Wie willst du es anpacken? Wir gehen hinten rein und arbeiten uns durchs Gebäude vor. Markus seufzte. Ich gebe es durch. Er zog ein Handy aus der Tasche und wählte. Der Direktor der Shepard Organization antwortete nach dem ersten Klingeln. Haben Sie sie? fragte er ohne Umschweife. Ja, die Mutter ist tot. Ah, verdammt! Sind Sie bereit für den Zugriff? Ja, gut. Der Beirat hat Ihnen volle Handlungsfreiheit garantiert. Seien Sie vorsichtig. Hals und Beinbruch. Ohne ein weiteres Wort legte der Direktor auf. Markus ließ das Handy sinken und starrte aus dem Wagenfenster auf den Schnee. Seit über einem Jahr war er nun Shepard, ein Hirte. Doch er war immer noch nicht sicher, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Die Shepard Organization arbeitete innerhalb des Justizministeriums unter dem Deckmantel einer beratenden Abteilung im Kampf gegen Gewaltverbrechen, spezialisiert auf Serienmörder. Von ähnlichen Strafverfolgungsbehörden, beispielsweise der berühmten Verhaltensanalyse-Einheit des FBI, unterschied sie sich durch ihr Hauptaufgabengebiet. Die Shepards waren nicht allein mit der Festnahme von Mördern befasst, sondern versuchten, sie auf jede erdenkliche Weise aus der Welt zu schaffen. Um dies zu erreichen, beugten oder brachen sie notfalls die Gesetze. Die Shepards waren als Sondereinheit konzipiert, der jedes Mittel erlaubt war, die sämtliche Vorschriften missachten durfte und ihre Aufgaben erledigen konnte, ohne sich Gedanken über Beweismaterial und Verfahrensregeln machen zu müssen. Was die Shepards taten, unterschied sich nicht sonderlich von den Operationen, mit denen die CIA und das Militär seit Jahren feindliche Zielpersonen in Übersee ausschalteten. Der Unterschied bestand darin, dass die Shepard Organization auf amerikanischem Boden gegen US-Bürger tätig wurde. Die Organisation bestand aus kleinen Zellen. Aufgrund bestimmter Begabungen, die Marcus während seiner Zeit als Kriminalbeamter bei der New Yorker Mordkommission an den Tag gelegt hatte, war er als Leiter einer dieser Teams angeworben worden. Als Polizist hatte Marcus mit seinem Ermittlungsgeschick große Hoffnungen geweckt, hatte sich dann aber seine Zukunft zerstört, indem er das Recht selbst in die Hand nahm und einem Senator aus mächtiger Familie, der mit Vorliebe junge Mädchen misshandelte und ermordete, eine Kugel durch den Kopf jagte. Er war einer Mordanklage nur deshalb entgangen, weil das Vorleben des Senators nicht ans Tageslicht kommen sollte. Marcus besaß die operative Befehlsgewalt über seine Einheit, war aber einem Mann verantwortlich, den er nur als Direktor kannte, sowie einem Beirat aus gesichtslosen Männern oder Frauen, über die er rein gar nichts wusste. »Was ist los?«, riss Andrew in aus seinen Gedanken. »Hast du jemals einen Vorgesetzten kennengelernt?«, fragte Marcus. »Ein Mitglied des Beirats?« »Wo kommt das plötzliche Interesse her?« »Das ist kein plötzliches Interesse. Es ist ein Verdacht, der mir zu schaffen macht. »Hast du dich nie gefragt, weshalb wir mit allem davonkommen, was wir tun? Oder wer die Fäden in der Hand hält?« Andrew zuckte mit den Schultern. »Sicher, aber ich glaube an das, was wir tun. Ich glaube, die Welt wird ein besserer Ort, wenn wir unseren Job machen. Deshalb konzentriere ich mich darauf. Ich versuche, mit den Gedanken bei den Dingen zu bleiben, die ich beeinflussen kann.« »Meinst du wirklich, dass wir das Richtige tun?« »Hey, wir beschützen die Leute vor Monstern, von deren Existenz sie am liebsten gar nichts wissen würden. Was kann falsch daran sein?« »Gandi hat mal gesagt, ich lehne Gewalt ab, weil das Gute, das sie bewirkt, nicht anhält. Nur das Schlechte ist von Dauer.« »Ah, das mag ja stimmen, aber was hätte Gandhi gesagt, wenn jemand, den er liebte, Tod da drüben in dem Haus läge,« erwiderte Andrew. »Kann sein, dass wir genauso schlecht sind wie die Verbrecher, die wir jagen. Kann sein, dass wir die Menschenrechte der Täter verletzen. Aber wer so argumentiert, hat nie sein eigenes Kind beerdigen müssen, nachdem es von irgendwelchen Bestien abgeschlachtet wurde. Wer nie in eine solche Lage geraten ist, kann unmöglich begreifen, was wir tun.« Markus schwieg und rieb sich die Schläfen. Die Migräne war in letzter Zeit schlimmer geworden und wenn er in einer Woche 15 Stunden schlief, konnte er von Glück sagen. Und die Existenz Ackermans machte alles noch viel schlimmer. Der Killer war während Markus' Anwerbung eingesetzt worden, um ihm das wahre Gesicht jener Bestien zu zeigen, die die Shepard Organization jagte. Doch diese Demonstration war nach hinten losgegangen. Der Killer war entkommen. Und was noch schlimmer war. Er war zu der Überzeugung gelangt, Markus und er stünden in irgendeiner schicksalhaften Verbindung. Ackermans Fixierung auf Markus führte zu regelmäßigen Anrufen und unerwünschten Versuchen, ihn bei seinen Ermittlungen zu unterstützen. Weder Markus noch die anderen Teammitglieder wussten, woher Ackermans seine Informationen darüber bezog, an welchem Fall die Shepherds gerade arbeiteten. Und sämtliche Versuche, den Verrückten aufzustöbern, waren bisher fehlgeschlagen. »Vielleicht sollten wir Ackermans dankbar sein«, meinte Andrew. »Er hat die Bankrew für uns gefunden. Vielleicht rettet er den beiden Mädchen damit das Leben.« Markus' Arm zuckte vor. Er packte Andrew beim Mantel und zerrte ihn zu sich heran. »Dieser wahnsinnige Hurensohn hat zwei Cops und eine alte Frau gefoltert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder zu töten beginnt, falls er nicht schon damit angefangen hat.«